Seht ihr das? Da ist unser Haus. Und ich habe immer mehr Angst, dass die offene ein bisschen asynchron wird. Baue ich nehme mir jetzt bestimmt schon ziemlich lange auf. Und ich, sonst, 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 keine Ahnung, bin ich erst dahin in das Wasser gesprungen und sage, jetzt seht ihr das Haus und man sieht es gar nicht. Und ich sehe immer noch kein bisschen Sand. Ich brauche noch ein bisschen Sand, das ist jetzt auch nicht schwer. Ja. Und ich habe immer bei Fraps Angst, dass ich, dass ich denke mal, der nimmt mich auf und bei Fraps merkt man das gar nicht. Da ist es dunkel. Huft schnell in der Haie. Ne, noch nicht. Er ist fertig machen. Da haben wir schon mal ein bisschen Coal. Ein bisschen Dead. Und dann machen wir erst mal, erst mal nur hier Erde vor. Ja, Erde. Und dann gehen wir in die Tater. Huft. Jute Nacht. Ähm, Juten Morgen. Grabben wir uns hier einfach mal raus. Also die Wetterverhältnisse sind ja extrem geil. Ähm, ich sehe gar keine Sonne. Naja, muss man halt mitlegen. Und wie viel haben wir? Zu wenig. Ähm, Emsen. Leitern. Leitern. Wie gehen die denn nochmal? Dafür brauche ich erstmal Stickys. Wann mache ich denn da? Stickys gehen. Und. Anson. Ich glaube Leiter war. So. Genau. Ja, du weißt ihr doch. Ich geh noch ganz MC Wiki auswendig. Mann, was wartet ihr denn von mir? Z. Dachten die erstmal. Höh. Eine Party. Die geht so. So geht eine Party. Dann werden wir das so machen. Das. Mann, dann Monsieur. Le. Magic Doom. Hm. 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 Auch wir brauchen noch mehr Leute. Sonst sieht das kacke aus. Also da brauchen wir nur klack 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 klack. 17. Ach ne. Falscher Ausgang. So. Dann wird hier das Glasdach sein. Das könnten wir uns eigentlich schon mal fertig machen. Wenn wir doch schon gerade mal dabei sind. Ja. Dann haben wir gleich schon mal geschrottet. Und dann kommt jetzt erstmal. So. Eine Party. Hier geht so. So. So geht eine Party. Das Glasdach. Mal gucken wie viel Glas wir schon haben. Oh, das dauert noch ein bisschen. Weitere Öfen kommen später. Och Mensch, du bist so ein Idiot manchmal. Puh. Oder wir machen das so, dass hier eins kommt, dann hier eins frei, das hier. Das wäre dann aber wieder Asynchron. Ne, 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 ne. Die Musik ist so schön. Nehm, nehm. Leckt gar nicht. Warum es auch immer leckt. Nehm. 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 Das sieht dann schon viel besser aus, das sieht ja nicht mehr so richtig wie ein Holzklotz aus, sondern schon mehr nach etwas Gebarrotem. Ich bin viel zu verschwenderisch in meinem Leben. Dann nehmen wir erstmal den Bus und den verbinden wir und dann geht das auch schon los. Dann kommt da die zweite Etage hin. Dann können wir auch irgendwann unser Bett verlegen. Ach ja, jetzt so langsam fließt es, was auch immer da fließt. Eine Party, die geht so. Ja, genau. Dann passt doch, dann haben wir schon mal das Dach hier. Zu. Ja, nicht zu, sondern fälsch. Ähm, wir brauchen... Hau ab! Verschwinde! Elendige Sinde! Ähm, wir machen uns noch eine Schoffel. Eine kleine Schoffel. Sobsen! immer schöner legs es gibt nicht viele spiele die man gut let's playen kann und minecraft ist ein spiel welches man gut let's playen kann keine ahnung man kann es nicht beschreiben moment ist es ist einfach gut zu let's playen weil man halt unendlich viele möglichkeiten hat und nicht jeder selber macht das heißt nicht hier macht tatsächlich keiner sich jemals auf dieser map spielen wie ich aus welchem zieht aber ich habe ein zieht so man sie auch noch vom weiten das glas doch der sand reicht erst mal das kann auch ein bisschen schneller gehen jetzt brauchen wir erst mal machen wir erstmal hier die fenestrasse fertig oder machen wir erst mal wieder dach ja wir machen erst dann doch habe ich jetzt gerade so entschieden ich habe ich denn da hier macht oh mein fucking gott da habe ich ja gerade bestimmt das ist mir jetzt auch gerade die ganze zeit aufgefallen dass die ganze zeit diese fenster diese panorama fenster panorama fenster sondern kein panorama fenster so jetzt sind panorama fenster ja ja das ist hier alles nur eine baustelle sind aber auch bald fertig mit dem dach dann können wir die fenster mit ausblick aufs meer ist das nicht wunderschön und aufblick auf auf erde und auch mal ausblick aufs meer und auf die sandgewüste habe ich eigentlich schon gut gemacht haben mich schon stolz auf mich obwohl ich eigentlich ziemlich unkreativ denn das lässt jetzt auch wieder platz für spielraum auf dass man hier vielleicht ja man muss dann noch alles plan ich habe jetzt auch nicht die peilung aber man könnte hier also hier wird auf jeden fall eine zweite etage sein und und natürlich alles mit schafsteppich das einzige worauf wir warten ist das glas wir könnten aber was sinnvoll machen und wieder bisschen auf safari gehen und wir sehen die sonne immer noch nicht ein bisschen kunden alles wo wir vielleicht ein bisschen kohle oder sowas herkriegen ich habe mir schon längst ein kabels dauernd spitzer machen können dann machen die pros von heute auch nicht und ich wollte alles mit bäumen bepflanzen weil ich nicht alles was wollte ja ist dann auch immer so böse hell Und wir haben uns natürlich auch eine Schaufel mitgenommen, dann graben wir uns einfach mal geradeaus durch, wir müssen einfach mal wissen, was davon jetzt kommt, oder auch nicht, naja, die fucken nehmen wir mal mit, weil ich bin sparsam am Anfang, später können wir das dann, ach du meine Güte, heilige Scheiße, das hätte mir auch einer vorher sagen können, nein, oh nein, oh nein, hätte ich jetzt so ein bisschen weitergekommen, wäre ich jetzt down, hoppsala, dann machen wir auch erst mal wieder zu. Und dann gehen wir pennen. Schön mit Kaminfeuer. Mal wieder einen Tag rum. Ja, guten Morgen, kleiner Leck. Leck sitzt in letzter Zeit immer mehr. So, dann können wir das Dach schon mal fertig stellen. Dann brauchen wir bald auch kein Glas mehr, sondern wieder Holz für die nächste Etage. Und dann können wir auch schon mal die Fenster bauen. Dann machen wir das Fenster hier noch erst mal zu. Ist alles noch einfach gestrickt, aber das wird sie bald ändern, Leute. So, Holz. Wir machen jetzt erst mal alles aus Cobblestones. Eine Cobblestone-Spitzhacke. Eine Cobblestone-Axt. Und eine Cobblestone-Shovel-Supps. Und, ja, der Ofen kann heiter weiter brennen. Wir gehen jetzt erst mal wieder auf Safari. Ah, ja, wir gehen jetzt hin. Subtitelung. Und, ja, wir gehen jetzt an.